Hey Bro, die Jungs wollen schwimmen gehen, ja? Kommst du mit? See oder Schwimmbad? See? Nein, Mann. See! Nicht mal Schwimmbad, See! Du tust deinen Fuß rein, du bist verschwunden. Bartner See ist einfach einer der krassesten dagegen, Mann. Junge, soll ich vom Haar gefressen werden, oder was? Der ist voll gesichert, Mann. Bartner See ist voll gesichert. Überall. Junge, ich sehe es gefährlich, Mann. Weißt du, wie tief das ist? Mit Haien und so? Krokodile, Skorpione, Schlangen, Anaconda. Hast du nicht gesehen, die sind Anaconda? Junge, Alter, du bist in Deutschland, Mann. Hier gibt es nicht mal Fliegen, die man aus Antun kennt. Warte, ich umbringe. See, See. Nein, Mann. Kannst du schwimmen überhaupt? Normal kann ich schwimmen. Dann komm doch mit, Mann. Sehe ich so aus? Nein, Mann. Ich sehe. Aber was anderes. Ich gehe nicht. Ich bleibe zu Hause. Ich gehe alleine. Alter, Bruder, was machst du so? Jo, Junior, was geht? Jo, was gibt's? Was machst du? Netflix, Mann. Die Serie ist heftig. Bist du mich jetzt verarschen? Nextwist 37er. Guck dir mal das Wetter draußen an. Ja, das Wetter ist okay. Ist nicht schlecht. Lass mal bitte was starten. Ich hab angefangen. Ich muss auch zu Ende. Dann kommt die nächste Serie. Hör mal auf mit der Serie. Das kannst du auch am Sinn. Keine Ahnung, wenn das Wetter zu Ende ist. Bei 0 Grad oder so. Aber wir haben 37er. Jetzt ist Sommer, Junge. Mann, ich kann nicht, Mann. Die Serie muss ich beenden. Nein, bitte, komm. Dann fängt an und bringt's zu Ende. Das ist Netflix, Mann. So geht das hier. Ach, lass das. Dann mach mal dein Ding allein. Ich geh mal rüber zu Anais. Guck mal, was der vorhat. Okay. Du bist besser drauf als du. Du langweilst mich einfach. Viel Spaß. Joa, nice. Mach mal dein Kopfhörer auf, Mann. Ja. Joa, was machst du? Ich bin am Zocken. Wie zocken? Alter, es ist 10 Uhr. Draußen haben wir 37er. Du bist am Zocken. Was ist denn los? Lass mal was starten. Nein, Mann. Keine Bock. Ich bin am Zocken, Mann. Wie? Nein. Ey, der andere ist drüber am wegflitzen. Du bist hier am Zocken. Das Wetter ist so wunderschön wie noch nie in Deutschland. Hast du gesehen, wie viele Mädchen da draußen sind? Ich hab nur keine Mädchen. Komm mal bitte, lass mal ein paar Klammern. Das kann doch nicht wahr sein. Lass mich doch nicht hängen. Ich muss die Schritte rein. Ich hab keinen Bock. Geh alleine. Ah, Mann. Lasst doch den Scheiße. Macht doch mal euer Zeug allein hier. Ich geh mal allein weg. Es ist so heiß. Verdammt heiß. Der Junge hat damit gelacht. Oder nicht? Ich freue mich ja. stable chicos. Ich komm jetzt die Stadt und doveense spielen. Oder ich kann sie ein Cookie入stein machen. eps非常的 john v DA und die Vergnung nehmen. Das war's für heute. Das ist so warm. Wo ist mein Vettelotto? Prêt? Was machst du? Was machst du? Ich nehme den Salat zurück. Warum? Das ist von meiner. Das gehört mir. Der ist auch warm. Ja, der ist warm. Aber dann kauf einfach eins. Lass mich in Ruhe. Lass meine Hand hier hoch. Und komm nicht mehr in mein Zimmer. Alles klar, Bro. Wir sehen uns dann. Okay, ciao. Tschö. Ey, was geht, Bro? Jo, Junior, man. Lange nicht gesehen. Ja, man, Alter. Man lebt. Ja, man lebt. Weißt du, was geht? Ja, Bro, ich weiß was geht. Ja, das wird einfach schön. Du weißt doch, Alter. Ja, klar eigentlich. Bro, ich hab wohl vergessen, ja. Morgens ein krasser Event bei Gurga Park. Gurga Schwimmbad. Ach, dieser Schwimmbad, den essen? Genau. Wow. Ist einfach kostenlos, Mann. Jünger, ich weiß doch, das ist ein Krasse Warbar. Was haben die denn da? Das ist ein Krasse Warbar. Das ist schon bald heftig. Bist du am Start? Ja, wie viel Uhr ist das? Morgens, keine Ahnung, einfach ganzer Tag. Ganzer Tag? Ganzer Tag, ja. Lass einfach so im Zufo hingehen. Im Zufo. Ja, genau. Ich bin gerade im Eiler. Ja, ich bin total dabei. Ich bin gerade im Eiler, aber ich muss vor allem. Ja, also einfach morgen. Okay. Zufo, bist du da? Okay, fertig. Bis morgen, ne? Bis dann. Okay, man sieht dich. Ciao. Ja? Yo, Bro, was geht? Yo, ich bin schon fertig, ja? Bin jetzt schon auf dem Weg dorthin. Und du? Au, Mann, stimmt. Oh, Alter, hör mal. Gestern Abend haben wir noch kurzfristig ein Last-Mini-Ticket gebucht. Ich bin jetzt auf dem Weg in den Urlaub. Nein. Komm. Bruder, du hast es mir versprochen. Oh, ja, Mann, bitte sei nicht sauer. Ich weiß, dass ich das versprochen habe, aber ich kann nicht. Das ist ein Last-Mini-Ticket. Ey, All-Inclusive gebucht für 350 Euro für eine Woche. Das hätte ich einfach nicht gehen lassen. Mein Gott, Alter. Ja, nee, das tut mir leid, Mann. Ja, Bro. Viel Spaß einfach. Wir sehen uns. Bis dann. Yo, bis dann. 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 Das ist so. Bis zum nächsten Mal.